so meine damen und herren ich bin zurück mit einer dritten folge jetzt an diesen samstag und als ich in richtung der der aufgebrochen bin ist mir etwas lustiges passiert was ich euch nicht vorhalten möchte scheint eigentlich immer zu passieren deswegen kann ich daran ausgehen dass es wieder passieren wird ich gehe erst mal wieder herunter und währenddessen zeige ich einen weiteren plan dass ich habe ich bis jetzt noch kein weiteres roboter teil gefunden logischerweise also nicht logischerweise das ist einfach so aber zunächst einmal möchte ich hier ein kleines event noch abhandeln und zum zweiten dachte ich mir wenn wir zu dieser telle gehen gibt es ja im prinzip nur zwei möglichkeiten entweder wir finden dort eine roboter teil oder wir finden dort kein roboter teil wenn wir dort kein roboter teil finden also wenn wir ein roboter teil finden ist ja gut dann können wir das kaufen wieder zurückkehren das wäre das thema dann möchte ich den teilen einfach rausschneiden und den wir jetzt zurückkehren das wäre einfach nur fünf Minuten sinnloses herumgelatscht das ist vielleicht nicht so spannend aber wenn wir das teil nicht finden können wir schon mal unseren ganzen kram verkaufen und müssen wir darauf hoffen dass wir irgendwo in weiß dann eins von diesen roboter teilen finden denn wir wissen ja bereits dass wir nicht aber wir können das mal reingehen wir haben schon rausbekommen dass wir nicht durch diese geschütztürme durchbrechen können es sei denn wir sind wesentlich stärker was wahrscheinlich erst in einiger zeit passieren wird oder wir haben diese entsprechende roboter teil das heißt wir müssen das irgendwo dann suchen irgendwie in der welt weiter geht's ja irgendwie richtung ausgang halt und wenn wir es halt nicht finden dann können wir gleich unseren ganzen kram verkaufen und können uns neu aufmumitionieren vielleicht eine coole waffe noch finden für die kathrin oder für andere leute das geld dafür dementsprechend haben vielleicht eine gute rüstung noch und berechnen auf in richtung anderer ortschaft wesentlich das thema der bettler ist wieder da das ist wundervoll dann geht es hier runter wir haben im prinzip auch schon alles hier abgehandelt bis auf den ford den zu töten wo soll hier im brunnen sein jedes mal sagen sie das mit dem brunnen ach das da ist der brunnen okay aber den ford hat sich ja mehr oder weniger selbst ein geschlossener verbarrikadiert in seiner festung von daher ist es auch okay wenn er nicht da rauskommt ist es kein großes thema das ist ja nicht so schlimm aussehen scheitere zeiten dieses spiel nicht ganz so extrem wichtig zu sein denn die leute aus dem bergwerk wie ich gerade las haben wir auch schon wochen damit zugebracht auf unsere rettung zu warten also bin ich mir davon aus dass es nicht so schlimm ist wenn wir den ford erst später töten so hier muss es gleich sein ja da ist es schon pitbull ranger ihr huren stehenden sauschweine ich warte auf euch und wir warten auch auf dich wir hatten noch eine rechnung mit dir zu klären das ist kein problem das speichern wir direkt noch mal und nehmen uns den lieben pitbull vor ich sag's wie es ist es kein großer kampf es ist einfach nur eine einzige person halt 145 Lebenspunkte hat zwar eine schwere waffe wie ihr vielleicht seht oder so ein sturmgewehr ne schwere waffe auf jeden fall aber das ist nicht ganz so tragisch ähm denn wir haben schon mehrere von solchen leuten auseinandergenommen das ist nicht so schlimm der 76% moment nehmen wir noch Kurt dazu passt von der reichweite wunderbar und nötigenfalls noch katherine die sich auch noch mal hinhockt und ich würde sagen das war es im großen ganzen auch schon wieder fast für pitbull so du hast jetzt schon 91 punkte verloren bis fast also bei deinem zweiten schuss von katherine bist du tot äh von angela bist du tot ähm ja und der ist auch schon tot und zerfällt in teile und ein erfahrungspunkte für alle ich wollte euch nur nicht vor hier auf vorteil dass ihr nicht ganze zeit fragt wo ist denn pitbull hin pitbull ist einfach gestorben so wir laden alle mal nach und gucken uns mal an was der pitbull liegen gelassen hat habe ich mir selbst noch nicht gemacht vielleicht sogar hast du vielleicht den roboter teils wäre ganz günstig was ist das ein singender bass äh freunde von mir haben sowas auf dem klo hängen das ist extrem nervig dann haben wir relativ viel scrap dann haben wir ein spielzeug leicht schwer was ebenfalls schrott ist also kann ich praktisch wieder dir geben und dir geben eine schwere waffe zum auseinandernehmen so eine hat ja katherine schon sieben patronen die kannst du wieder haben hast du gerade verballert den schrott bekommst du natürlich auch und diese rüstung stahlplattenrüstung blödlich stärke 6 minus 0,4 kampfgeschwindigkeit guck mal kurz ob ich das vielleicht gleich das meißel geben du bist jetzt überlastet lieber anton das ist kein so großes problem hoffe ich zumindest wir nehmen erstmal die waffe auseinander und bekommen vielleicht irgendwas schickes 92 von 93 ist langsam knapp wer hat das bekommen meißel hat das bekommen die rüstung du hast du hast schon eine stahlplattenrüstung an ja das ist ja traumhaft wie wärs mit dir dann du hast nur eine lederjacke und 2 rüstungen und 4 rüstungen wie viel stärke hast du denn äh stärke 4 hat überhaupt jemand stärke 6 von mir oder du hast stärke 7 das ist ja äh warte mal können wir das vielleicht mal tauschen du hast jetzt was an eine stahlplattenrüstung hat irgendjemand eine starke 6 der keine stahlplatten wenn nicht kann ich dich wahrscheinlich auseinandernehmen das ist eine gute frage kann ich das äh halt das mal du überlastet da kleiner bock alles schrott markieren ausrüsten ne dann verkau ich es einfach irgendwann ich geb es mal so lange dir bist du jetzt überlastet nein bist du nicht gut und wir brechen auf in richtung zitadelle nochmal gespeichert nach diesem höchstintensiven kampf äh ja bitte alle sollen das Ödland betreten und da ist das gefängnis erstmal für mich abgeschlossen wenn ich jetzt nicht nur irgendeine robotnatei finde äh mein wasser ist voll funktionstüchtig das ist gut öh ja komm gehen wir mal über was ist Highpool was wir machen wir gehen mal so ein Stückchen hier oben lang vielleicht kann man da noch was finden müssen wir ein bisschen die region langsam erkunden äh geht ihr jetzt oder hallo achso ich nehme immer die falsche Maustaste äh ach ne laufen wir haben jetzt wahrlich genug gekämpft erstmal ich versuche mal irgendwann hier rein zu kommen ein bisschen die Gegend zu erkunden wir wollen achso äh ne laufen aha mehr verstrahltes Gebiet ich könnte gleich glauben dass es hier oben nochmal reingeht irgendwo hin tatsächlich äh ne lauf ruhig weg was ist gerade Vorratslager merkwürdige Töne du fandest ein geheimnis Lager wie schön ich finde eine Trimmerbrustplatte die kannst du mal kurz halten was ist das denn bitte gewesen klingt so ein bisschen wie Cybermenzer Gesang gefütterte Cargo Hosen die kannst du auch mal halten die brauchst du das ist ein bisschen irritierend das okay äh das kriegst du auch das bekommst du oh die 6 Patronen wer hat eine Pistole ich glaube du hast eine Pistole bekommst du auch bist du schon überlastet nein bist du nicht was genau war das gerade äh ne lauf weg hier haben wir Stufe 2 der Strahlung finde ich hier irgendwas was man diesen Geräusch hindeuten kann wie was haben wir denn noch 37 okay ist hier irgendwas wie weit geht es überhaupt noch ich glaube ich hätte mal Bock ein bisschen was zu erkunden äh gehen wir erstmal kurz die Oase und füllen unser Wasser wieder auf ne lauf weg ich habe gerade keinen großen Bock auf den Kampf deswegen äh vor allem weil ich weiß dass Kämpfe wieder eine ganze Weile dauern werden und da wir die letzte letzte Woche eine relativ viel gekämpft haben muss es nicht unbedingt sein äh bitte füllen sie ihre Flasche wieder auf wundervoll dann gehen wir jetzt äh ja lass mal kurz schlusschlags zu zitadeller gehen wisst ihr was das machen wir einfach mal wir werden einfach mal in der äh wenn wir tatsächlich fertig sind und keinen äh Roboter-Teil dort gefunden haben werden wir einfach mal äh laufen werden wir einfach mal äh ein bisschen die Gegend erkunden da habe ich gerade ein bisschen Bock drauf wir könnten also ursprünglich tatsächlich geplant dass wir äh unsere Richtung Darwin bewegen oder in Richtung des südlichen Schreins die wir auch noch nicht äh nicht äh erkundet haben aber ich habe gerade ein bisschen Bock um mich mal ein bisschen zu erkunden hier ich liebe es ja allgemeinwelten zu erkunden ja bitte bitte geht da rein da muss ich ganz kurz noch wenn ich gleich in diesem Bildschirm bin wenn ich ganz kurz noch die Dynamitstange die äh ich Anton gerade gegeben hat noch auseinandernehmen dass er ein bisschen äh Waffenteil noch bekommt insofern dieser Bildschirm mal fertig lädt insofern dieser Bildschirm mal fertig lädt dankeschön ähm dann haben wir das und das bitte auseinandernehmen du bekommst acht Teile einer zerstörten Waffe das macht Dynamitstangen gar nicht mal so wertlos ähm warte mal weißt du was wir machen wir werden dir schon mal diese komische Rüstung verkaufen das irgendwie geht was hast du denn du 3364 Scrap was schon mal ziemlich geil ist was ist das 800 M14 das haben wir schon mal gehabt du hast doch jede Menge Munition und auch du hast auch Strahlenschutzanzüge nicht wahr ja aber schäbige plus zwei Strahlenschutz und du hast sowieso viel Kram mein Gott ähm du hast Kurem ich glaube das haben wir wieder alles verkauft kann das sein vermutlich ähm warte mal wie habe ich das gegeben dir habe ich das gegeben nimm das mal für acht und nimm mal diese Hosen nochmal 16 wer hat das eigentlich diese komische du hast die Rüstung 169 kannst auch gleich das Zeug noch haben ähm ja gut bleiben wir erstmal dabei was ist das denn Legomatic Modifikation plus 1 Naturbuch schon müsste man irgendwann auch mal anwenden ja verkaufen erstmal warte mal kann ich einfach hier gleich schon mal den ganzen Schrott verkaufen zack haben wir das hier schon mal hinter uns eine Maschinenpistole die nicht besonders gut ist wir gehen aber lieber rein und versuchen uns die besseren Waffen zu holen äh auf Wiedersehen ab wie die Zinadelle wir müssen ganz viele Schrottteile loswerden und ich glaube auch sogar noch ein bisschen dumm nicht wahr mit ein bisschen Glück finden wir irgendeinen Schrottteil vielleicht haben wir ja schon mal ein Schrottteil gehabt und wir haben es verkauft in irgendwas in der Richtung das kann durchaus sein mh warte mal bist du nicht der Computer nee du bist nicht der Computerexperte gewesen der Robotexperte wer war denn das wer war denn das finden wir schon noch ähm ich habe hier ein paar Bauteile also ein paar ist gut ich habe relativ viele Bauteile und zwar 50 hoffentlich 714 kriegt nochmal 50 kriegt man nur 50er Blöcken offensichtlich nochmal 50 und nochmal 15 und ich bekomme ein entschuldige mir den Ausdruck ein Arschvoll Geld dafür verkaufen wahrscheinlich auch ordentlich ähm ordentlich Dinge dafür bekommen Erfahrung auch so ganzen Schrott habe ich schon verkauft aber wir haben bestimmt noch ein bisschen weiteren Kram den wir nicht unbedingt brauchen gucken wir uns mal das ganz große Ganze an hier das Ding ist eine schwere Waffe die Catherine trägt das muss nicht sein die beiden behalte ich natürlich ich habe 3 von den Diomid Stangen von den TNT Stangen das ist völlig in Ordnung wir haben irgendwie 4 Leute die Patronen haben seltsamerweise Pistolen Patronen was gar nicht mal so sinnvoll ist warte mal ich kann eigentlich ne ist ja egal ich glaube ich kann Anton die Patronen wegnehmen weil der schießt glaube ich jetzt mit anderen Patronen oder irgendwann schießt mit anderen Patronen egal wir haben auf jeden Fall ziemlich viele Open Chokes die wir alle verkaufen können weil ich die irgendwie alle nicht brauche so viele Schroffetten haben wir gar nicht ähm wir haben 4 robuste Marzine äh ich gehe irgendwie davon aus also ich glaube mittlerweile hat jeder seine Waffen gut aufgerüstet deswegen werde ich da nicht mehr so viele äh davon behalten ich werde von jedem mal also von dem Hochleistungsmagazin behalte ich vielleicht mal 1 von dem Griffband behalte ich vielleicht auch mal 1 nur für den Fall dass ich es irgendwann brauchen werde ähm man kann ja nicht wissen bringt jetzt schon mal 376 Gold ein für den Fall das diesen Schlagring die brauche ich glaube ich nicht weil die keiner wahrscheinlich jetzt auseinanderbrauen können egal ähm was haben wir hier noch wir haben ach ja elegante lockere Hosen dann haben wir hier äh Hose mit Eierbecher den naja schön zu wissen Euler Minervo behalten wir nochmal ähm wir haben hier Platinenbrustpanzer und wir haben hier ein äh rotes Schulterpolster wir haben hier diverse Hüte ein Sombrero und äh noch ein Sombrero guck mal an äh diesen Schirm brauche ich glaube ich nicht mehr ich glaube das war es erstmal ein Gurkenglas was Meißel gehört da wollen wir auch nicht verkaufen nicht wahr ähm können wir die Bücher eigentlich verkaufen oder können wir die irgendwann dem Museumsherrn geben ich glaube eher letzteres eine Radioantenne stimmt eine Radioantenne ach hier brauche ich auch nur ein kleines Visier so viel braucht man davon glaube ich nicht äh ja sieht doch ganz gut aus hier ist schon wieder ordentlich bereinigt wunderbar das können wir schon mal verkaufen für 603 Credits und können uns ein bisschen anderen Kram dafür kaufen äh wir brauchen was brauchen wir eigentlich für eine Munition ich glaube diese Munition brauchen wir die Stromgewehre und das ist für das Scharfschützengewehr äh kaufen wir es erstmal nochmal ja das ist vielleicht ein bisschen übertrieben lass uns mal 20 Schuss äh ja 19 Schuss wie ich schon sagte davon nehmen und nochmal was ist das hier eigentlich 154 ist vielleicht übertrieben 52 ist wunderbar was ist das 9mm Pistolen ich glaube das brauchen wir auch nochmal das kaufen erstmal sollte ich irgendwie Erfahrung bekommen eigentlich egal dafür dass wir so wahnsinnig viele Waffenteile gegeben haben werde ich gerade viel Erfahrung bekommen also null hm okay du bist auch fast schon oben wie geil ähm was wollte ich gerade gucken genau was für was für Munition braucht diese Waffe nochmal 9mm oder 5,56 5,56 okay dann kaufen wir davon noch ein bisschen was äh ausrüsten bla 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 5,56 ja das war die richtige okay dann soll es 49 sein wundervoll kannst du gerade gut gebrauchen auf Wiedersehen du kannst dich wirklich gebrauchen du hast genug davon aber mehr Munition ist nie wirklich schlecht ähm warte mal Master Kennedy Matthews Rogers hi Ranger nee du bist unwichtig wie mich du hattest was hast du für uns ein paar sehr schöne Stücke mal sehen der alte Findlock hat einen Anforderungsschein mit euren Namen rübergeschickt ah wer hat ja noch gleich gesagt hoffentlich werden weitere Todesfälle durch eine bessere Ausrüstung verhindert ich habe ja keine Gottverdammte Ahnung was ich von den äh von der F Wolf Maschine halten soll die ihr mir gebracht habt aber sie ist interessant deshalb gebe ich euch gerne einen Anforderungsschein dafür euch sind 1,2 Anforderungsschein zugeteilt 1 oder 2 das ist ja schön äh was bekomme ich denn dafür wir kommen oh geil ein Schuhmodell ein Ranger Kampfmesser 5-8 Schaden Klingenwaffen 3 AP ähm 25% ja das ist geil für Klingenwaffen Leute das ist eine Schroffwind offensichtlich die Kakerlake ok ein Bogen ungewöhnlicher Bogen plus 3 kritische Trefferwahrscheinlichkeit ein Schmuckstück wie geil was ist das weißer Tod Modifikation minus 10% Ausweischance aber plus 5% Trefferbonus du hast eigentlich keine Waffen die mich so richtig geil finde Bad Attitude äh ne Siegenlederrüstung 3 Rüstung benötigt aber nur 5 Stärke hm gar nicht mal schlecht aber die Kampfgeschwindigkeit geht ja schon runter was ist das Annas Adlerfeder minus 3 Trefferwahrscheinlichkeit äh minus 3% Trefferwahrscheinlichkeit aber plus 3% Ausweischschance das ist eher was für Meißel oder sowas oh ne eigentlich will ich echt gerade nichts von dir haben vielleicht tun wir ja später noch coolere Gegenstände bei dir ähm wo wir gerade dabei sind coolere Gegenstände wieso war ich jetzt eigentlich gerade da bei dem Herrn äh und hab nicht mehr geguckt was du für Waffen hast äh ausrüsten das ist ja eigentlich mein Job hier nicht wahr so ich hätte gerne ist das das Gewehr was so geil ist ja das ist das Gewehr was so geil ist M16 das heißt äh du schon nicht wahr wie geil das bekommt Catherine natürlich auch gleich nochmal 480 Dollar das ist es mir absolut wert ähm was haben wir denn noch was ist das hier eine Unterhebelschrotflinte 18 bis 34 äh Punkte Schaden okay äh du hast leider gerade deine Maschinenpistole ausgerüstet nicht wahr was die Sache ist das denn bitte ein Pulsgewehr das hatten wir glaube ich schon mal ähm Farmers gegen Uzi Uzi hast du schon gut dann brauchen wir das erstmal nicht mehr wir haben noch ein Scharfschützengewehr was möglicherweise für Mücke ganz interessant wäre und zwar genau das selber was ich auch schon habe also so interessant ist es vielleicht doch nicht äh wir haben noch hier oben eine Schrotflinte doppelläufige 21 bis 28 Schaden und hier 24 bis 32 das ist ja wesentlich schlechter und 18 bis 34 würde wahrscheinlich diese Unterhebelschrotflinte eher nehmen 5 AP 5 AP 4,9 äh Schaden pro AP 5,2 Schaden pro AP 10 Meter Reichweite 12 Meter Reichweite damit wir auf den Shoke verzichten diesmal dementsprechend weil dann wird die Reichweite ja noch geringer dann kann ich gleich in den Nahkampf gehen ähm ist nett aber muss ich jetzt nicht unbedingt ausgeben das Geld dafür was ist das denn für alles noch 1 bis 28 Schaden wie viel Reichweite 12 Meter ach ne gut äh wir kaufen das wundervoll ähm wund müssen das ganze wieder alles entsprechend wieder präparieren das heißt dein Gewehr deinen HK33 muss wieder auseinandergebaut werden das wird entfernt ok ein das wird entfernt ok und das wird entfernt ok dann wird so ein Einzelteil zerlegt ich bekomme einen langen Lauf oh das ist was Neues was ist denn ein langer Lauf langer Lauf benutzt man auf Pistolen Maschinengewehre Sturmgewehren Scharfschützengewehre benötigt plus 4 Waffenschmieden Modifikatoren plus 6 Meter maximale Reichweite plus 5 Meter optimale Reichweite ok plus 6% Zerfahrwahrscheinlichkeit das ist ja gar nicht mal schlecht das wird wahrscheinlich am Lauf befestigt äh Mod Unterlauf Mod Lauf ach Unterlauf Lauf ich kann jetzt dazu dass ich hier ranpappen das wäre doch geil äh geht das so warte mal äh Mod anbringen hier ran mach das mal kann ich das jetzt noch anbringen Mod anbringen hier ran klappt das wird ein geiles Gewehr würde ich mal sagen äh Mod anbringen hier ran jawohl und das Magazin noch Mod anbringen hier ran ja ok das ist ja jetzt mal ein Hammergewehr guck ich das mal bitte an 37% der Trefferwahrscheinlichkeit jetzt geht es mal richtig ab mit zwei Ladies die äh mit solchen äh geilen Gewehren um sich ballern können kannst du übrigens mal das Ding haben und auch das Ding ups du hast genügend Munition offensichtlich du hast noch diese 7,62 Millimeter Munition die wahrscheinlich hierfür ist die keineswegs dafür ist dafür ist diese Munition wiederum gut ist alles wunderbar gut was ich aber jetzt noch wissen möchte natürlich erstens wenn ich hier ganz kurz die Waffenteile verkaufen Bauteile ja komm quatsch nicht hallo wir hatten noch Bauteile hä warte mal das müssen wir vielleicht muss ich dich ja einfach anwählen äh auf Wiedersehen jetzt Bauteile hä sorry noch nichts doch Quatsch hab doch hier Bauteile warte mal wo hab ich denn die Bauteile hingepackt bitte hier hab ich doch irgendwo Waffenbauteile gehabt ach nein ich hab nur den Unterlauf bekommen ah den langen den langen Lauf hab ich nur bekommen ich habe nichts gesagt aber äh ich will kurz alles von dir sehen hast du ein Schrottteil für so ein äh nicht Schrottteil hast du äh ein Teil für so ein äh Roboter kaputter Lauf das ist wohl nicht der Fall wir brauchen irgendwie eine Kette oder sowas das ist keine Kette das ist eine Gila Haut die hab ich dir gleich auch verkauft du hast noch diese Eiter Säcke die ich dir auch verkauft habe mhm jede Menge Krimskrams nichts hier nichts da nichts hier nichts da und nichts dort das ist schade dann wüsste ich gerade nicht wo ich dieses Teil herbekommen sollte sehr sehr schade die Frau hat es ja auch nicht gehabt äh irgendwen von euch soll ich irgendwie noch Kacke geben wenn ich es richtig verstanden habe und das ist glaube ich der Herr der hier alles in die Luft sprengt und ich glaube ein bisschen was davon habe ich ja auch du bist glaube ich unwichtig oder ja äh hier ich hab Scheiße für dich schau dir mal die Scheiße an Scheiße ja lass den Shit mal sehen äh schau dir mal die Scheiße an wie die Scheiße schlinken kann hier dreimal Federmaus Scheiße bitteschön und hier noch ein bisschen Scheiße ähm ich sage nur was es ist du hast auch nicht das was ich brauche du hast auch keine Kette oder irgendwas richtig Alter was ist das denn bitte RPG äh RPG 7500 Schaden das ist doch mal äh ist mal eine Aussage würde ich sagen ne äh verkaufen vielen Dank für das Geld 3454 äh nehm ich gerne mit ähm warte mal ich muss mal einen Hut vor euch ziehen rekruten hätte nicht gedacht dass es irgendjemand schafft dass die Edgisons und Tropicarn jemals wieder gemeinsam an einen Strang ziehen verdammt gute Nachrichten sind das jetzt können sie sich endlich wieder dem widmen was sie am besten können Gleise verlegen sich durch die Berge buddeln und Dinge in die Luft sprengen yeah ähm war der Robotertyp war das vielleicht hier einer kann das sein Sergeant Wade Woodson wieder zurück rekruten gibt es etwas dem ich euch helfen kann offensichtlich nicht hier machen wir mal mit General Vargas wir können aber ein bisschen ach ja stimmt wir hatten ja äh ja ähm wir hatten ja ein paar Beförderung ausstehend gut machen wir dann gleich mal bald mal wie auch immer ähm und ich versuche gerade mal kurz diesen ähm Museumsmitarbeiter ich nenne die einfach mal Archivar vielleicht die Bücher aufzudrücken hier ich will keine Tour okay wir haben aber einen Vorratslader entdeckt vielleicht freut er sich darüber der Thrasher hallo 280 äh xp nun ja ich habe etwas gefunden das einzige Problem ist dass es absolut keinen Sinn ergibt es gibt nur zwei Orte in denen diese Namen auf einem geografischen Gebiet zu finden sind einer ist direkt hier in Arizona aber das kann nicht stimmen denn wir noch nie etwas von den Gruppierungen oder Leuten gehört haben die in der Obertragung genannt wurden der andere ist naja ähm was äh der andere ist naja das wäre dann Los Angeles aber das kann genauso wenig stimmen Los Angeles existiert nicht es wurde mit dem Rest der Welt in Luft gejagt als die Bomben fielen sobald wir das bislang bestimmen konnten ist Arizona der einzige Ort der Welt der die Apikalypse überlebt hat äh bist du sicher dass Los Angeles nicht existiert naja ich bin mir über gar nichts mehr sicher aber das scheint mir das scheint mir unwahrscheinlich die viel wahrscheinlichere Erklärung ist dass diese Altübertragungen sind die von Leuten und Orten sprechen die schon vor langer Zeit gestorben sind kann es sein dass wir in diesen Spielen nicht nur auf Arizona beschränken sondern auf äh auf äh Los Angeles auch das wäre ja mal was hier ist ein Toaster warte mal ich muss mal gucken was welche Schwierigkeit er hat welche Schwierigkeit er hat eine hohe Schwierigkeit ärgerlich okay hier finden wir auch kein Bauteil ich habe ja schon mal irgendwas in den äh in den Kommentaren wurde ja schon mal sowas angedeutet dass wir tatsächlich nicht nur auf Arizona äh beschränkt sein werden okay nehme ich mal hin wie es ist bin aber sehr gespannt wo wir nachher noch hinkommen wenn Los Angeles schon gelandet wird vielleicht kommen wir irgendwann nach Los Angeles mal sehen ähm gehen wir aber erst mal du hattest keinen Roboter-Teil oder? Mandeln was haben wir denn so äh nein 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 also das ist für Tierflüsterer genau da haben wir diverse Tierinnereien und Trala was ist das denn hier kaputte Optik nee wir brauchen eine Kette kaputte Optik haben wir doch von irgendeinem Roboter bekommen oder? was ist das noch? Thrashing Claw Klaue das haben wir auch von Roboter bekommen Flashing Claw Kupferroh kann es sein dass wir diese Kette auch von einem Roboter bekommen sollen durch irgendeinen Roboter-Kampf also müssen wir auf Roboter-Kämpfe gehen oder was? was ist das? gebogenes Radar wir haben ja den ganzen Roboter-Kram verkauft das ist was sehr gut ist das Dumme ist wir brauchen nichts davon kaputte Optik Schweinescheiß die sollten wir vielleicht mal zurückkaufen ähm später wir haben hier was ist denn Thunfusstoße Kupferrohre irgendeine Klaue Tabak Lichtschwert haben wir hier gerade erst verkauft ähm okay wenn wir uns mal irgendwann kundig machen vielleicht müssen wir wirklich ernsthaft Nagelbrett vielleicht müssen wir irgendwann wirklich gegen Roboter kämpfen um dieses Roboter-Teil zu bekommen erscheint sich völlig unlogisch genau genommen nicht wahr? Aberforth ich dachte wir erst im Urlaub äh habe ich jetzt zwei? ich habe jetzt zwei wie geil ja ich habe ja gesagt äh Aberforth Weinrohr kurz im Urlaub auf einem Kriegsschiff das äh gegen Kreaturen kämpft die sich Reaper nennen oder das Universum unterjochen wollen ich finde das ist völlig logisch wir nicht gut ähm wir wollten ein bisschen so hüstel hüstel wir wollten äh noch ein bisschen die Gegend erkunden und ich klicke euch das erste Mal hier hoch nachdem ich mich hier bei der Oase etwas erfrischt habe also ist das möglicherweise der Ort an dem wir Ava Forten immer wieder treffen können nachdem er kurz mal weg musste ja bitte alles auffüllen äh ne ich will neue Orte entdecken nicht unbedingt neue Kämpfe was jetzt? ja lauf ja alter wie viel Plünderer gibt's denn hier bitte? ok hier ist nichts wir kommen wieder hoch ah wir kommen da hoch Stufe 2 ich glaub 3 ist das Maximum was wir haben können oder? oder was wir was wir äh äh erdulden sollten eine Oase das ist ja gut ja bitte alles auffüllen ist hier oben noch irgendwas der Nördchen des Gleis normalen Lagers momentan nicht gehen wir mal nach links oder nach Richtung Westen ähm der Verkäufer kommt euch zu richtet richtet sich dabei die Frisur ach den untersuchen doch mal der Verkäufer mit schöner Frisur sowas trifft bei der Öte selten Ödländerin Ödländerin Dave Osury wie geil ist das denn bitte kann das sein dass es genauso ist wie bei Fallout 3 für mich wahrscheinlich auch bei Fallout New Vegas was ich nie gespielt habe äh dass irgendwelche Händler durch die durch die Wüste streifen äh streifen und ab und zu mal getroffen werden können das ist ja geil ähm hey mein Name ist Osury Dave Osury aber sag einfach Osury was meinst du mit dem Besten er hat nichts von dem Besten gesagt aber ich frag trotzdem ähm achso habt ihr Scrap ich hab Zeit und nichts als den besten Stoff yeah den allerbesten also was darf sein wollt ihr was kaufen oder weiterziehen ähm äh ha ihr habt wohl noch nie was von mir gehört hä ihr habt ja keine Ahnung Jungs Waffen, Rüstung, Werkzeug was ihr wollt und ja alles vom Besten äh dass ihr hier draußen finden könnt könnt ihr mir glauben also wie ich schon sagte was darf sein mal gucken was du noch hast gut für eine Sekunde dachte ich du wolltest du wolltest ficken und solange ich geschmeichelt bin ist das 100%ig nicht das was ich auf dem Weg äh nach draußen tun werde aber sag mal warum soll ich euch was verkaufen wollen hinter wem seid ihr hier draußen überhaupt her in Wirklichkeit juckt mich das aber gar nicht beantwortet mir mir nur meine erste Frage war ein langer Tag heute lass uns mal verkaufen äh du solltest verkaufen weil wir bezahlen können ja das ist nicht genug Bruder wie ich schon sagte verkaufe ich nicht einfach an irgendjemand und du bist nur äh einfach nur irgendjemand bist du jemand wirst kleiner Alter was geht denn mit dir ab du willst dich einfach an irgendjemanden verkaufen ah ja ah dann können wir praktisch unsere Erfolge aufzählen ähm erstmal will ich das kurz fragen an solche Verlierer zu verkaufen würde nur der Marke schaden ähm wenn jeder einfach so ankommen und handeln möchte würde es nie könnte würde es niemand tun okay wieso riecht ich mit Kurt die ganze Zeit ähm äh du solltest verkaufen wenn wir bezahlen können nein okay sagen wir mal wir sind das Ranger Team Echo wir haben das Agrarzentrum gerettet heilige Scheiße ihr wart das warum zur Hölle äh habt ihr das nicht schon früher gesagt lasst mich euch zeigen was ich zum Handeln hab äh hier habe ich äh ihr Helden ja schnell das verfickt doch mal Beste ja naja beim besten Willen das äh hab ich alles schon in meinem Inventar sogar mehrmals ich muss auch weg tschüss also ihr seid nach hier ihr seid ihr was also seid ihr nach nach hier draußen gekommen um meine Zeit zu Waste verschwenden welche Schande Jungs ihr wollt mehr als deine Zeit verschwenden oder Problem benötigt Arschloch 5 wer ist ein Arschloch von uns ich glaube Catherine könnte Arschloch sein Arschloch 5 ja ihr werdet ein Problem bekommen legt euch mit uns an und ihr werdet die ganzen Thorna Ranchers hinter der Level kommen 100 Erfahrungspunkte geil aha schaut euch nur an redet wie starke Männer in Ordnung in Ordnung geht weiter alles ok und dafür 100 Erfahrungspunkte mal eben das ist doch mal angenehm lass uns das ganze noch ein bisschen weiter erkunden alter Schwede was geht denn hier wieder ab was für ein geiles Spiel gefällt mir richtig gut äh die sind wirklich verlassen ja bitte hat uns zwar außer 100 Erfahrungspunkte jetzt nichts gebracht aber es war so unterhaltsam also hat es wirklich was gebracht so rein war schlecht ich dachte hier ganz kurz wir hätten ein Signal gefunden aber nein gehen wir mal dorthin aha da oben ist wahrscheinlich auch nichts 50% laufen und es funktioniert ist hier nichts weil hier so ein Ausläufer ist von einem Gebirge so ein kleines Tal ah ein Signal sonderbare Geräusche was ist das ein unangetastetes Vorratslager da geh ich doch kurz mal rein du fandst ein unberührtes Vorratslager und finde das was mir gerade verkauft werden sollte eine Sambo-Rakete wunderbar gebe ich gleich Catherine wieder eine Stahlplattenrüstung die ich immer rum Meißel und viel Schrott das ist ja richtig geil äh Ende keine Ahnung Fragezeichen ja Lauf klappt nicht so gut dann würde ich sagen machen wir zum Ende dieses Tages noch diesen Kampf kurz äh Metzeln die kurz nieder ich gehe mal davon aus das ist nichts anderes es wird ein Grenadee oh das könnte ein Schläger mit 125 ein Schütze ein weiterer Schütze und wer bist du ein Wolf ein knuddeliger Welpe ja natürlich knuddelig das sieht man ja aus eigentlich ganz knuddelig das stimmt vielleicht kann man ja überreden ist ja überhaupt mal lustig wäre es theoretisch möglich ach schon gut dazu später du bist dran äh da hat es gerade die Ziege hingerafft und Averthorff lebt weiterhin ich sage ja Averthorff ist völlig resistent gegenüber ähm Granaten allerdings muss ich ihn jetzt dafür töten das muss man wirklich mal sagen du verdammter Kack Renardier den nächsten Schuss hocken wir uns hin und beenden den Zug Catherine äh Quatsch Angela du stehst nicht gerade gut da müssen den Herrn aber trotzdem mal töten und warten füllt den Skorpionstachel ach Red Skorpions guck mal an besser rot als tot ja alter Kronistier ähm du bist dran ach jetzt haben sich beide verschanzt das ist natürlich ein bisschen dumm dann äh verschanzt wir uns doch auch mal in diesen wunderschönen Felsbrocken zu bänden Catherine ist dran 25% auf dich äh das ist eher schlecht kannst du nicht hier hin hocken 35% ich will es mal probieren wenigstens klappt leider nicht du hast Glück gehabt ich frage mich inwiefern geh mal kurz dahinter äh zu bänden Meißelrass verschreit da wieder aus ne tut da nicht ja machst du jetzt trotzdem weil du jetzt in diese Richtung rennst und den Leuten mit deiner Erbrechstange drohst ach da ist noch einer oh und ein knuddeliger Welpe der auf uns zugelaufen kommt ich glaube das hat nichts zu bedeuten du hast eine Uzi das ist ganz günstig leider kannst du auch wirklich gerade nur ein Feld weit gehen das ist nicht so günstig das heißt du gehst mal dorthin er hat auch sich hin für den nächsten Schuss beenden du bist dran das ist okay dann brauchst du nicht aufstellen 94% auf dich ich glaube das ist ganz gut hat sich direkt mal von den Socken gehauen einen weiteren Schuss kann man leider nicht liefern wir sparen uns also einen Punkt für die nächste Runde auf oder zwei Punkte glaube ich sogar jetzt bist du dran wir hocken uns hin 30 Punkte ist ganz schön übertrieben tut mir lieber den Herr da drüben der blutet und auch tot ist deswegen was Blut ein bisschen sinnlos macht kannst du nochmal schießen nein in dem Fall Zug beenden ein Schütz ist dran und schießt auf Catherine ein weiterer Schütz ist dran und schießt auf den Baron relativ heftig ein kleiner Welpe ist dran und sagt er reißt deine Beine ärgerlich du könntest jetzt eigentlich mal ihn angreifen nochmal gut soviel zum Thema kleiner Welpe Zug beenden Catherine kannst du jemanden treffen 35% wir müssen es probieren nochmal geht leider nicht nur ein Schuss ach ja das Gewehr ist so heftig äh du warst noch ein bisschen du hast die Kontrolle verloren das ist kein Problem du sollst eher hinrennen und zu ihm direkt ja warum nicht ein Scharfschützengewehr 39% wir müssen es natürlich riskieren oh ja 77 Punkte und du blutest das heißt in mindestens drei spätestens drei Runden bist du selber tot das ist wunderbar kannst du nochmal schießen ja musst du aber nicht das ist übertrieben ähm geh lieber jetzt dort hinten hin kommt natürlich auch Elberfahrt aus der Schusslinie seht die Kontrolle verloren und schießt auf niemanden ja man kennt das wenn man die Kontrolle verliert geht man erstmal in Deckung und äh lädt nach ja außer Reichweite das ist ja dumm dann geht wieder hoch und renn dort hin wo die Reichweite besser ist du rennst weg und schießt wahrscheinlich auf ihn oder hast aber eine Ladehemmung ich muss gleich niesen oh Gott ja das ist nicht so schön aber das muss halt sein äh 29% nein lass mal sein Kaffin ist wieder dran triffst du irgendjemanden 34% ist das aber nicht so viel vor allem weil du jetzt wirklich so stehst dass du noch äh Kaffin treffen würdest das ist nicht so gut geh ja bitte dorthin 27% das wird ja immer schlechter nee lass das mal sein dann renn gleich mal hier hinten hin für ah da kannst du die Waffe wechseln gucken ob wir dann das nächste Mal jemand einen überziehen können du bist dran kannst du nicht viel bewirken du bist dran triffst du mit 35% komm du hast noch einen Lebenspunkt wieso mache ich sie überhaupt wenn du noch einen Lebenspunkt hast beende den Zug der blutet verbutet eh gleich ah ja wunderbar komm mal ran mein Junge wunderbar 15 Lebenspunkte ist jetzt nicht so richtig viel aber egal ich bin auch schon einfach nur dieses geile Gewehr gewöhnt von Kaffin und äh Angela der Maroon ist dran du bist schon verblutet das ist wundervoll gehen wir gleich mal hier rüber er beseitigt seine Ladehemmung und schießt auf niemanden weil er keine Zeit mehr hat du bist dran und könntest es tatsächlich schaffen ihn zu treffen mit 79% das ist doch gar nicht mal so schlecht aber irgendwie kann ich ihn nicht anwählen äh seltsam 38 Punkte soll mir reichen und Angela ist dran kann man auch schlecht anvisieren gerade irgendwie so komm hau ihn um während du dich dreimal im Kreis drehst okay wir bekommen 158 Erfahrungspunkte das ist wunderbar du hast eine Beinwunde die wahrscheinlich irgendwann verschwindet in äh vier Minuten das ist ganz gut äh hat jemand ist bei der Erfahrung aufgestiegen der Baron schlägt bei der Erfahrung auf und muss dann unbedingt in Toaster Reparatur investieren ähm wir speichern das ganze mal ach können wir nicht dann laden wir eben jetzt mal nach und gucken jetzt mal an den Kram an der hier so ach ne lass uns mal den Kram angucken wir haben ein Stoffflicken die haben wir ja glaube ich schon mal als öfteren bekommen ein M4 Karabiner aber Mensch das ist ja super gut dass ich ihn naja obwohl ich ich hab mir am 16 gekauft kein M4 ähm dann diese Munition die kannst du haben meinetwegen ein weiterer Karabiner das wir auseinander nehmen ein lustiges Haustier in der Flasche eine kleine Skorpion diese Schlüssel kriegst äh du dann wiederum eine ein Windgänger ist immer schön sowas in der Tasche zu haben ein blutiges Stück Feld das haben wir ja von unserer wundervollen Ziege ne das ist nicht von der Ziege das ist von dem Hund die Ziege äh ist hier drüben und Elberphor pflegt dann noch das ist ja geil ich bin so froh dass Elberphor wieder aus dem Urlaub zurückgekehrt ist denn nichts anderes ist passiert meine lieben Freunde nichts anderes ist passiert ähm wo geht's eigentlich raus hier wahrscheinlich alter das ist ja ewig weit kein Wunder dass wir 50% Chance nur hatten gut dann würde ich nochmal vorschlagen wir gehen kurz nochmal hier raus wo ich auch speichern kann ist ja wichtig die Gegend verlassen ja was soll man großartig machen hier da bleiben und Würstchen grillen muss nicht sein mitten in der Wüste die war noch ganz dreckig ähm ich hab grad Bock ist mir egal wie lange die Folge grad ist äh grad noch Bock die Punkte zu verteilen die wir gerade hatten äh du bist hast drei Punkte bekommen oder hast immer noch drei Punkte das ist schlecht weil du noch ein paar weitere Punkte brauchst um irgendwas auf Stufe 5 zu bekommen äh du hast noch keine weitere Stufe gestiegen du brauchst 84 Erfahrungspunkte noch da hast du noch Stufe gestiegen du glaub ich vier Punkte für dich du könntest klugscheißer Stufe 5 werden Tierflüsterer Stufe 5 Informatiker oder Handfeuerwaffentyp ich glaub bei dir wollte ich ein bisschen auch Scharschützengewehre skill bis es erstmal voll ist das ist gar nicht mal unwichtig du hast vier Punkte bekommen Sturmgewehr ist bei dir schon ganz gut muss also nicht unbedingt weiter gesteigert werden gerade Waffenspielen brauchst du nicht mehr Arschloch ist okay ähm obwohl doch Arschloch ist gar nicht oder nimm mal Naturbusche was bringt das nochmal ähm Erfolgswahrscheinlichkeit gegen gegen was gegen Vermeidung von irgendwas auch nicht schlecht äh ne mach mal Arschloch auf Stufe 5 ach ne Käfen ist doch schon ein Arschloch oder ja ich phe immer die Punkte mal auf weil ich nicht genau weiß wofür ich dir einsetzen will du solltest irgendwann in Energiewaffen investieren hast aber nur drei Punkte und du hast nur einen Punkt gut dass ich die Punkte gerade ausgegeben hab ich bin so froh ich speichere das ganze mal und guck mir in der nächsten Folge mal ein paar andere Gebiete noch an äh lass uns kurz mal die Karte ansehen wir befinden uns hier ich könnte mal in Richtung Dorf Darwin aufbrechen und ich glaube das mach ich einfach mal sehen wir uns also morgen wieder äh bis ja bis morgen ciao tschüss